Wir sind hier im Kanton Obalde, im Elchtal. Ich bewirtschafte hier eine zweistufige Alp. Ich habe hier ca. 40 Stück Alp. Davon sind etwa 20, 22 hier. Wir sind hier auf 1200 Meter. Und da ist der Aufrunddruck eigentlich recht gross. Speziell an uns vorne müssen wir schauen, dass es nicht zu Oberhand nimmt. In diesem Video zeige ich mir, was der Zeitpunkt der Alpaufahrt und die Weideführung insbesondere den Weidedruck auf das Vorkommen des Fahrens hat. Wir zeigen aber auch, wie man das Fahren mechanisch regulieren kann, wenn es sich so stark auf der Alpweide etabliert hat. Der Fahren kann auf Alpweiden auf unterschiedlichen Standorten vorkommen. Er ist stark giftig, auch im trockneten Zustand. Wenn der Fahren so verbreitet vorkommt wie hier, ist klar, dass wir weniger Futter für das Fee haben. Gleichzeitig hat es auch eine starke Ausbreitung zur Folge, dass die Artenvielfalt zurückgeht. Wir sehen hier die Wurmfarm. Er vermehrt sich vor allem über Sporen, aber teilweise auch durch Wurzelausläufer vermehren. Die Adderfarm vermehrt sich vor allem durch Rauchtreib, aber auch teilweise durch Sporen vermehren. Wegen der Ausbreitung durch Rauchtreib kommt er in grösseren zusammenhängenden Flächen vor. Eine angepasste Bewirtschaftung, damit sich das Fahren nicht ausbreiten kann, ist folgendes. Auch früh ein Alpauftrieb, genügend Weiderdruck, die Koppeln mehr hoch und runter als links, die Reihenfolge der Beweidung zwischen den Koppeln abzuwechseln. Das Fahren reagiert sensibel und heikel auf den Tritt des Fee im jungen Stadium. Darum ist ein früher Auftrieb, mit genügend Weiderdruck, eigentlich die entscheidende Massnahme, dass sich das Fahren nicht ausbreiten kann. Die Nachbaralp, die sich unterhalb befindet, ist rund zwei Wochen später mit dem Fee aufgefahren, als hier im mittelsten Geschwände. Gleichzeitig hat er die Herde in zwei Gruppen aufgeteilt und in zwei Koppeln, was zur Folge hat, dass es ein geringer Weiderdruck ist. Während sie die unteren Koppeln abweidet, kann sich hier in den oberen Koppeln das Fahren ausbreiten. Wir sehen hier den Zusammenhang zwischen Weiderverhalten des Rindfee und dem Tritt und die Ausbreitung des Fahrens. Zwischen drinnen, wo es kein Fahren hat, läuft das Fee hin und her. Oben und unten, wo das Fee nie läuft, kann sich der Fahren so ausbreiten. Wir sehen hier die drei Koppeln des Hans-Durer, mit der Koppel 1 hier, die er zuerst beweidet hat, Koppel 2 hierher und Koppel 3, wo momentan das Fee drinnen ist. Dadurch, dass die Koppeln mehr nach oben gerichtet sind, an seine Breite entstehen weniger Fee-Wäge, sogenannte Dreie, und das Fee durch unliebsames Fahren, das aufkommen könnte, zertramplen. Wenn der Fahren sich so aufbreitet, hätte ich auf dieser Alp hier, kann man durch Bewirtschaftungsmassnahmen eigentlich nichts mehr machen. Es gibt dann nur noch eines. Mähen oder die Adlerfarm ausreissen. Der Zeitpunkt, um die Adlerfarm zu mähen, ist bei einer Höhe von 30 bis 40 cm. Oder bevor die letzten Blattweide, wie wir hier sehen, noch nicht ganz entwickelt sind. Je nach Höhenlage, die wir das 2-3 Mal wiederholen im Sommer, und das über mehrere Jahre. Wenn der Fahrenspot gemäht wird, bringt das eigentlich nichts, weil er bereits wieder Reservenstoffe einlagern kann. Den Adlerfarm kann man auch durch Ausreissen regulieren. Wichtig ist dabei, dass man Händchen anlegt und langärmige Kleider, damit es keinen Kontakt zur Haut gibt, weil er bekannterweise giftig ist. Das Ausreissen gibt mehr Arbeit und man kann nicht so grosse Flächen in der gleichen Zeit machen, als wie man durch Mähen. Dank der frühen Reifahrt und dem gewissen Weidedruck habe ich super Weiden, weniger Arbeit und ein besseres Tragen.